Moin oder wat? Ich habe die Freerunning Schlappen und Roofless TV für einen meiner Jungle Tracks gesampelt. Na sicher das? Das klingt ungefähr so. Das ist die Rückkehr des absoluten Fullcent für mich. Jetzt aber mal ein richtiger Fullcent. Oh mein Gott, sorry. So hart. Komm mit mir. Okay, ready? Ja, let's go, come on. Ja, das geht schon ordentlich ab hier. Leider haben sich weder die Freerunning Schlappen noch Roofless TV auf meine zahlreichen Anfragen über E-Mail oder irgendwelche Insta DMs oder Kommentare unter ihren Videos zurückgemeldet. Ja, ich will den Track natürlich bei Spotify und Co. demnächst rausbringen, sehr wahrscheinlich im Januar 2024. Ich weiß nicht mehr so genau weiter. Ich habe die halt gefragt, ob die was dagegen haben, dass ich ihre Stimmen in dem Track verwende. Im Zweifel kommt es halt einfach so raus, ohne Bestätigung und ohne Absage ihrerseits. Aber ja, letzter Versuch eines Aufrufs oder einer Anfrage oder auch einfach einer Community-Abstimmung. Also wenn ihr Freerunning-Schlappen verfolgt oder Roofless TV-Fans seid, dann ballert doch jetzt mal den Dislike-Button, wenn ihr die Mucke richtig scheiße findet. Oder natürlich den Like-Button, wenn ihr das Ding auch bei Spotify haben wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Ciao. Ja, das geht schon ordentlich ab hier. Das ist die Rückkehr des absoluten Fullset für mich. Jetzt aber mal ein richtiger Fullset. Oh mein Gott, sorry. So hart. Komm her, für mich. Okay, ready? Ja, let's go. Komm her! Send her! Ja, das geht schon ordentlich ab hier. Ja, das geht schon ordentlich ab hier. Das ist die Rückkehr des absoluten Fullset für mich. Das ist die Rückkehr des absoluten Fullset für mich.